Hallo, ich grüße euch! In einem vergangenen Video habe ich euch einen Text eines chinesischen Nostradamus für 2023 vorgestellt, das Dimu Jing. Ich hatte schon erwähnt, dass mehrere Autoren in China diesen Ehrentitel chinesischer Nostradamus bekommen haben in Anlehnung an das große französische Vorbild Michel de Nostredame. Und ich möchte euch hier noch einen weiteren ziemlich bekannten Prophetie-Text für 2023 vorstellen, das Thuy Baitou. Und was das prophezeit hat für das kommende Jahr, das erfahrt ihr jetzt. Das Thuy Baitou stammt aus der Tankzeit, also etwa aus dem siebten Jahrhundert, und das heißt wörtlich Zurückschiebeskizzen. Und diesen Namen verdankt es dem Aufbau des Textes, nämlich da ist immer ein Gedicht mit einem Bild dargestellt, das darauf Bezug nimmt. Die Interpreten dieser Gedichte sind genauer gesagt 60 Stück in Anlehnung an die 60 Himmelstamm-Rzweig-Kombinationen des Kalenders. Der chinesische Kalender misst nämlich Zeiteinheiten in Elementequalitäten und verwendet dazu die chinesischen Tierkreiszeichen und setzt einen sogenannten Himmelstamm darüber, also eines der fünf Elemente mit seinen Yin- und Yang-Ausprägungen. Und in Kombination ergibt das insgesamt 60 Möglichkeiten und jedes dieser Gedichte ist einer dieser Kombinationen zugeschrieben. Und jetzt gibt es bei diesem Text zwei Lesarten. Die eine ist genau wie bei dem französischen Nostradamus. In den Zenturien ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass ein Gedicht oder ein Vers, wenn er sich erfüllt hat, dass dann der nächste drankommt. Und so in etwa ist ein Teil der Interpreten der Meinung, dass also bestimmte Gedichte sich auf bestimmte Ereignisse in China oder in der Welt beziehen und wenn diese erfüllt wurde, dann ist das nächste Gedicht dran. Und wenn wir nach dieser Lesung gehen, da gibt es auch schon wieder Unterschiede, wo wir jetzt uns befinden. Also ein häufiger Ansatz ist, dass wir uns schon bei Gedicht Nummer 56 befinden. Das habe ich bereits in meinem diesbezüglichen Nostradamus-Prophezeiungsvideo für 2022 vorgestellt. Das habe ich euch verlinkt. Da habe ich euch auch dieses Gedicht 56 vorgestellt. Und ich möchte euch hier aber heute die andere Lesart, nämlich dass wir die Himmelstamm-R2-Kombination direkt mit dieser Himmelstamm-R2-Kombination des Jahres vergleichen, also den Wasserhasen mit seinem entsprechenden Gedicht. Das möchte ich euch hier vorstellen. Und ich werde euch jetzt erst mal den Text auf Chinesisch vorlesen. Und das hat folgenden Grund. Der Text ist so alt und altchinesisch hat einen sehr großen Interpretationsspielraum. Das heißt, bereits meine Übersetzung wäre eine Interpretation des Textes. Und um als Literaturwissenschaftler da genau zu bleiben, auch um den Leuten Rechnung zu tragen, die selbst Chinesisch sprechen oder auch meinen chinesischsprachigen Zuschauern, möchte ich hier Rechnung tragen, dass sie selber die Chance haben, dieses Gedicht auszulegen. Ihr könnt auch gerne dann mit mir diskutieren. Also wenn ihr die vier Verse nicht auf Chinesisch hören wollt, ich habe Kapitel eingefügt, dann könnt ihr einfach weiter klicken und meine Übersetzung und dann die danach folgende Interpretation euch anhören. Also der Text lautet Schauen, dass ihr mit der Kugel Bspann. Wenn ihr euch an Wurden könnt, ihr euch an Wurden könnt, ihr euch an Wurden könnt. Rau feng mu zi bing suan huan, sheng wu zi hou zi wo jiao, zheng sheng tan. Übersetzt heißt es, die Prophezeiung sagt, 1, 2, 3, 4, wo kein Land ist, gibt es einen Herrn. Kleiner Tiangang, also das ist ein taoistischer Name für das Sternbild des großen Bären oder der Name eines der 36 Himmelsgeister, der einen stellvertretenden Führer darstellt. Der Bogen hängt herunter, aber er regiert. Die Ode sagt, ein Mund aus dem Osten kommend verbreitet eine arrogante, heftige Atmosphäre. Der Fuß hat überhaupt keinen Schuh, der Kopf hat kein Haar. Wie wenn Holzsamen auf Eis und Frost trifft, das sich auflöst. Ich werde erzeugt von einem Affen und sterbe durch einen Schnitzer oder Adler oder Geier. Zheng sheng tan. Dieses Bild hat einen Nachnamen Li, das bedeutet Pflaume. Er kann die östlichen Fremdlinge oder Dongyi, das sind alle ethnischen Gruppen der ostchinesischen Zentralebene, überzeugen oder unterwerfen. Aber er kann keine Strategie für langfristigen Frieden entwickeln. Fußsoldaten ändern extrem die Richtung und die Verwaltung ändert die Richtung. Das führt zu Chaos. Es hat gar die Bedeutung von lebenden Tieren und toten Vögeln. Das soll also den Wasserhasen ausdrücken. Das ist ziemlich kryptisch. Schauen wir mal, was wir da rausfinden. Schauen wir uns zunächst einmal das Bild an. Auf dem Bild sieht man drei Jungen, die Scheiben in der Hand halten und zwei der Kinder geben die Scheiben einem dritten Kind. Alle drei Kinder sind unterschiedlich angezogen. Also einer hat einen Anzug an, der vorne geschlossen wird. Beim rechten Kind wird das Oberteil von einer Kordel gehalten und der dritte trägt ein knöchellanges Oberteil. Das deutet wohl auf Menschen auf verschiedenen Gegenden hin, die einen von ihnen zu einem Sieger oder Anführer küren. Deswegen geben sie ihm wohl die Scheiben. Vielleicht haben sie ein Zählspiel gemacht. Das würde auf die ersten Verszeilen, nämlich 1, 2, 3, 4, als Abzählreim hindeuten. Weil es ist ja auch komisch, dass von vier die Rede ist, aber nur drei Kinder zu sehen sind. Bei manchen Interpreten des Gedichts gehen sie davon aus, dass das Gedicht sich schon erfüllt hätte und sich dieser Vers mit den Vier auf die Viererbande während der kommunistischen Revolution beziehen würde, also die Syrian Bang. Aber wie gesagt, dagegen spricht, dass man nur drei Kinder sieht. Dann ist von einem Herrn die Rede, der Macht zwar hat, aber kein Land besitzt und der Bogen hängt herunter. Das deutet für mich nicht auf einen Machthaber eines Landes hin, sondern vielleicht eher auf einen spirituellen oder geistigen Führer oder Redner. Also mir kommt da ganz spontan der Dalai Lama oder auch der Papst in den Sinn. Weil ein spiritueller oder kultureller Führer, der herrscht ja ohne Waffengewalt. Und dann heißt es weiter, dass ein Mund aus dem Osten aggressive Reden verbreitet, also jemand, der die Menge aufpeitscht und eine heftige Atmosphäre erzeugt. Also vielleicht ruft hier jemand zum Aufstand auf. Der Hinweis auf fehlende Schuhe und keine Haare auf dem Kopf, das deutet entweder auf jemanden hin aus der Unterschicht, also jemand, der so arm ist, dass er sich keine Schuhe leisten kann oder eben auch wieder auf einen Mönig. Vielleicht geht es hier wirklich um eine neue spirituelle Bewegung, auf die hier angespielt wird und die jetzt quasi durch heftige Reden Verbreitung findet und hier eine neue Saat sät. Aber für die ist die Zeit noch nicht ganz reif, also es ist wie Holzsaat, die auf Frost und Reif trifft, die kann dann noch nicht aufgehen. Du musst wohl warten, bis die Umstände dafür günstiger sind. Etwas schwieriger wird der Satz, ich werde erzeugt von einem Affen und sterbe durch einen Schnitzer oder Adler oder Geier. Also dieses Zeichen hat mehrere Bedeutungen. Das hängt vom Zusammenhang ab, was das jetzt bedeutet. Einige Interpreten verbinden den Affen mit dem Westen, doch geografisch ist der Affe eher dem Südwesten zugeordnet, also Südwest III. Ja, da wären wir geografisch wiederum in Tibet, dem Geburtsland des Dalai Lamas, denn das liegt von China aus gesehen im Südwesten. Vielleicht wird der Dalai Lama in diesem Jahr abgelöst durch einen neuen Dalai Lama. Oder es tut sich was mit der tibetanischen Religion. Was bedeutet, ich sterbe durch einen Schnitzer, Adler oder Geier? Also das Wort Diyau, das kann eben eins dieser drei bedeuten. Aber da wir im gleichen Satz den Affen haben, liegt der Schluss nahe, dass es sich also eher um ein Tier handelt. Man könnte das vielleicht auch als Sinnbilder verstehen. Der Affe wäre ein Sinnbild für Temperament und Umzucht, eine gewisse Unreife und Listigkeit. Und der Adler, der würde dann für Stärke stehen. Und der Geier, der ist eher negativ besetzt, es wäre halt ein Leichenfletterer. Und vielleicht ist hier also eine Idee gemeint, die also ein bisschen aus einer Laune heraus oder noch nicht ausgereift in die Öffentlichkeit getragen wird und eben noch keinen Bestand hat, sich noch nicht durchsetzen kann. Im Schlusskommentar von Jin Cheng Tang wird der Name oder Nachname Li oder Pflaume genannt. Das klingt ja relativ konkret. Und wenn man bei der sinnbildhaften Bedeutung bleibt, dann wäre die Pflaume ein Symbol für Glück, neues Leben, aber auch Vergänglichkeit. Also das bedeutet vielleicht hier von einem Menschen oder einer Bewegung die Rede, die andere überzeugen kann, aber der es noch an Reife fehlt, um langfristig etwas bewirken zu können. Der Vers mit den Soldaten und einer Verwaltung, die ständig die Richtung ändern, das klingt, als gäbe es einen Umsturz. Und dass sich die Regierung auf keinen Kurs einigen kann und mal so, mal so sich entscheidet und auch das Militär sich keiner Richtung zuordnen kann und deswegen Chaos entsteht. Das drückt auch der Satz aus, mit dem es ist gar wie lebendige wilde Tiere und tote Vögel. Oder aber es deutet, wie im Dimu Jing das sehr stark betont wurde, auf eine Seuche hin, bei der die Tiere in der Luft, also die Vögel, sterben. Also dass irgendetwas mit der Luft nicht in Ordnung ist. Tja, was haltet ihr von diesen Versen? Wir werden natürlich erst am Ende des Jahres sehen, inwieweit die Aussagen von den TUI-BEITU, also den Zurückschiebeskizzen, sich nun wirklich auf dieses Jahr anwenden lassen. Ich bin neugierig, wie sich das entwickeln wird, wenn ihr meine allgemeine Jahresprognose kennenlernen wollt, die ich auch schon hier auf YouTube vorgestellt habe, dann klickt auf den Link unten in der Beschreibung. Das habe ich euch verlinkt. Da gebe ich eine noch etwas weiter gefasste Interpretation, wie ich sehe, was im Jahr des Wasserhasen 2023 passiert. Genauere Informationen findet ihr außerdem in meinem Buch über die Prognose für das Jahr des Wasserhasen 2023, das auf Amazon erschienen ist. Das könnt ihr euch auch hier mit dem Link, der in der Beschreibung drin ist, holen. Da findet ihr auch noch viel mehr, denn auch die chinesische Astrologie wird dort behandelt, wie es den Tierkreiszeichen geht, über jeden Aspekt, dann auch Feng Shui, dass sich ja auch die Energien im Jahr ändern, wie man am besten damit umgeht und wie man am besten seine Ziele erreichen kann, auch auf Monatsebene, Aktivierungsdaten und vieles mehr. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen da und abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020